Die platzsparenden Lötstationen der WD-Familie von Weller präsentieren sich in einem neuen ergonomischen Design, erweiterten Möglichkeiten und zahlreichen Verbesserungen. Sie verfügen über eine automatische Werkzeugerkennung, ein kontrastreiches LCD-Display sowie eine Mikroprozessor gesteuerte Regelung. Drei Temperaturen von 50 bis 450 Grad Celsius können über Festtemperaturtasten unabhängig voneinander programmiert und abgerufen werden. Ein Sonderfunktionsmenü bietet zum Beispiel die Möglichkeit, Temperaturabsenkung und automatische Abstellzeit individuell einzustellen. Mit den einkanaligen Lötstationen WD1 und WD1M können Sie jeweils ein Werkzeug bis 80 Watt anschließen. Bei den zweikanaligen Modellen WD2 und WD2M können Sie zwei Werkzeuge mit jeweils bis zu 80 Watt gleichzeitig und mit unterschiedlichen Einstellungen betreiben oder ein einzelnes Werkzeug mit bis zu 150 Watt betreiben. Hierbei wird der zweite Kanal abgeschaltet und damit eine Endtemperatur von 550 Grad Celsius ermöglicht. Die Modelle WD1M und WD2M sind mit einer Highspeed-Regelung für die Mikrolötkolben WMRP und die Mikroentlötpinkzette WMRT ausgestattet. Zudem besitzen Sie eine USB-Schnittstelle, die Sie für eine externe Steuerung, Kalibrierung oder zur statistischen Datenerfassung benutzen können. Bei den Lötstationen WD1 und WD2 ist der USB-Anschluss nachrüstbar. Die WMRT-Entlötpinzette ermöglicht durch die paarweise parallel justierten Lötspitzen ein präzises Ein- und Auslöten von sehr kleinen SMD-Bauteilen. Sie kann nur mit der Highspeed-Regelung der WD1M und 2M-Stationen betrieben werden und besitzt zudem eine Schaltablage, die einen schnellen Verschleiß der Lötspitzen verhindert. Der WSP80 wurde auf die rasant steigenden Anforderungen der Elektronikfertiger angepasst. Durch den variablen Austausch der Spitzenbefestigungen kann der Abstand zur Lötstelle variabel gestaltet werden. Durch technische Verbesserungen konnte die Grifftemperatur reduziert und der Arbeitskomfort erhöht werden. Die Spitzenabsaugung von Lötrauch für den Gebrauch mit WSE-Geräten ist selbstverständlich nachrüstbar. Zudem kann jeder bestehende WSP80-Kolben zu einem Schutzgaskolben verwandelt werden. Das Löten mit Schutzgas verbessert die Benetzung und verringert die Lötzeit. Im Zubehörset befindet sich eine spezielle Spitzenhülse mit Schutzgasadapter und eine Ablage mit integriertem Schalter, welcher den Gaszufluss stoppt, sobald der Kolben abgelegt wird. Das zahlreiche Zubehör und die praktischen Accessoires machen die kompakten WD-Lötstationen zu Waren Alleskönnern.